Sie sind zur Zeit nicht verbunden. Okay, was auch immer das bedeuten mag. Schmied, Arzt, Bank, Renovierung. Ah, okay. Wahrzeichen, ja klar, noch gar nichts. Wirtschaft, 5% Arzt. Ah, da kriege ich Rabatt, okay. Und Einnahmen, naja, sind noch niedriger, aber das wird sich bald ändern. Mein Pferdchen ist da. Der da quält sich auch noch auf dem Boden rum, Alter. Die Missionen sind ja mal derbe nervig. Blöde, finde ich die. Die da will ich mal machen. Christina, Mission. Christina, irgendwo erkenne ich den Namen. Naja, werden wir gleich sehen, ob wir die kennen. Oder ich die kenne. Ob wir die kennen. Wenn dann aus dem Let's Bay wahrscheinlich. Müssen wir mal sehen. Aus dem Weg. Ups. Das wollte ich ja gar nicht. Ah ja, das gibt ja auch hier Dings da mit dazu. Oh, verdammt, bin ich hier schon wieder falsch. Juhu. Na, okay. Das sieht nach einer anderen Mission aus. Okay. 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 Alles klar. Was geht ab? Ich laufe hier mal einfach hinterher, ne? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber was soll ich sonst machen? Gut. 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 Okay. Geht wieder zurück. Ah. Sie ist hübsch. Gut. Dann geh und sprich mit ihr. Einfach so. Worüber denn? Das ist egal. Weißt du, kleiner Bruder, die meisten Männer haben Angst vor schönen Frauen. Wenn du dich traust, mit ihnen zu sprechen, hast du einen Vorteil. Du musst nur improvisieren. Was? Wie er grenzt. Warum steht ihr so da? Oh. Ähm. Weil ich... Ich wollte euch fragen... Was... Wie lautet euer Name? Oh, ihr werdet ihn eh nie benutzen dürfen. Aspetta, ich war noch nicht bereit. Ich wollte wirklich charmant sein. Und lustig. Bekomme ich eine zweite Chance. Na ja. Ätio. Noch ist nicht alles verloren. Sie hat dich angelächelt. Sie wird sich an dich erinnern. Nein. Es heißt, der alte Marsch... Ich kann das noch schaffen. Ich folge ihr und finde raus, wo sie wohnt. Ja, ein Stalker. Das kommt immer gut an. Christina verfolgen wir. Dabei darf ich wahrscheinlich nicht entdeckt werden. Hm. Okay, das ist, äh... So eine vergessene Erinnerung. So eine... Etwas ältere Erinnerung wahrscheinlich. Bin ja schon weg. Ja, du wirst nicht verfolgt oder so. Hä? Was soll denn die Scheiß-Nummer jetzt, äh... Wollte ich gerade sagen. Oh. Hopp. Wer? Ich? Ja, das tust du wohl. Nicht gewesen sein. Okay. Null Florien habe ich gerade. Habe ich irgendwelche Waffen? Wahrscheinlich nicht. Nein, kann ich nicht mal auswählen. Irgendwas. Bam. Wie sie braucht, bis sie überhaupt gepeilt hat. Hä? Hopp. Okay. Ab geht's übers Dach. Und runter geht's. Hat du den Verstand verloren? Nur ein bisschen habe ich den Verstand verloren. Hopp. Okay, da darf ich gar nicht lang. Casa di Vespucci. Ach. Ich sagte doch, ich bin nicht interessiert. Den kennen wir doch. Aber ich. Hinten anstellen. Ich glaube nicht, Amore Mio. Ich werde nicht mehr länger darauf warten, dass du deine Beine freiwillig spreizt. Du räudiger Köter. Was willst du hier? Das hat nichts mit dir zu tun. Auch dir einen schönen Abend, Fieri. Ich glaube, die junge Dame fühlt sich belästigt. Alles klar, dann gibten wir ihn mal ein bisschen hier aufs Maul. Mehr hast du nicht zu bieten? Halt die Klappe, ich bring dich um. Ja. Ich werde dich umbringen in der Zukunft. Deine ganze Familie. Ha! Nochmal Klappe aufreißen und dann weglaufen. Vielen Dank. Das war sehr nett von euch. Geht es euch gut? Jetzt ja. Ihr hattet nach meinem Namen gefragt. Ich bin Christina. Ja, c'ere, Christina. Ich bin Ezio. Nun, Ezio. Anscheinend habt ihr eure zweite Chance. Alles klar, das ist wohl die Christina, wo wir ganz am Anfang schon einmal hin sind, ins Zimmer geschlichen haben. Eine Minute und dann war es die ganze Nacht. Ja, ja. Ja, ja. So läuft's. Ähm, ich überspringe eben den Ladekram. So. Und dann geht's weiter. Entbietet allen gläubigen Wallfahrern und allen Durchreisenden seine Wärme. So Und ich würde mal sagen Ich gucke nochmal fix Was ist das da? Alter Wiederhergestellte Erinnerung werde ich auf jeden Fall auch machen Ich gucke gerade mal, was sonst noch so anliegt Ich glaube, ich werde die hier eben noch machen Und dann Kommt die nächste Hauptmission dran Okay, ab über die Dächer Wow Das war Braumäßig Knapp Jawoll So klappt das Klettern So, dann wollen wir mal sehen Untersuchen 615 Gekauft Ich hole mir dann demnächst auch mal ein neues Schwert Aber das ist noch so ein bisschen Na ja Schwächlich alles Also ich finde, es lohnt sich noch nicht Ich komme auch ganz gut eigentlich nur mit den Klingen klar Der Spruch war geil eben Die Bankiers werden gebeten, ihre überdimensionalen Fahrzeuge korrekt zu parken Ach, schrecklich furchtbar Wenn das so weiter geht Das gibt eine Felsche Centro zu 25% Renoviert Alter Schwede Schon 25% Toll, jetzt ist da was im Banktreisor Leck mich doch Ist mir jetzt auch egal So, ich bin mir fast schon ein bisschen unsicher, dass hier unten irgendwo Ein Mediziner geöffnet werden kann Geöffnet werden kann Ja Das mache ich doch auch glatt Und dann möchte ich mal mit dem sprechen und gucken, was ich bei dem verticken kann Amber, was auch immer das ist Kaffeebohnen Dafür scheine ich keinen höheren Weihrauch, will er nicht haben Glas mit Blutekeln Ich dachte eigentlich, den könnte ich ihm richtig verkaufen, aber Weihrauch kann er auch haben Hier Muskat, was soll ich damit? 2x250 Ist alles Geld Tomaten, bitte Terracotta-Gefäß, kann ich auch nicht gebrauchen Kann er haben Und Totems Die drei behalte ich nochmal Gerade die buddhistischen Gebetsperlen Wegenweil Denk Spezialherausforderungen So, dann würde ich mal sagen Die verlorenen Erinnerungen hier Oder die wiederhergestellten Erinnerungen Ich werde wohl langsam wirklich alt Ich wusste nicht, dass du nach Rom kommst Was war das? Vor allem, wer war das? Hephaestus 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 Desmond Smiles Verborgene Absender 1506 Hallo Desmond In deiner Zeit mit Rebecca, Sean und Lucy Hast du vielleicht von den höherrangigen Assassinen gehört Die euer Team unterstützen Ich bin einer von ihnen Rebecca hat die Anweisung, dir diese Nachricht zu geben Wenn oder falls Etsy Auditoris Erinnerungen Aus 1506 Freigeschaltet werden Wir hoffen Basierend auf unseren historischen Recherchen Dass wir in diesem Zeitabschnitt Wichtige Informationen für unsere Mission finden können Mithilfe von Rebecca Werden wir deinen Fortschritt überwachen All dies ist streng vertraulich Deshalb darfst du Darüber Weder reden Noch diskutieren Ich will so wenig Leute wie möglich In diese Sache hineinziehen Ich werde dich und Rebecca informieren Sobald die Daten, die wir gesucht haben Die wir suchen gefunden wurden Viel Glück, Desmond Oh Hat sich endlich mal so ein hohes Tier da gemeldet Rom 1506 Das ist ja wieder sechs Jahre später Da Vinci's verschwinden Ah Geil Leonardo Salai Ich werde wohl langsam wirklich alt Ich wusste gar nicht, dass du nach Rom kommst Aber leider kann ich nicht bleiben Ich muss ein Schiff schatten Da kann ich dir helfen Ich kenne einen Kapitän, der ist sehr diskrekt Warte, ich habe irgendwo seinen Namen mutiert Klar Klar Ordentliche Arbeit zu leisten Ha, sehr nett Doch sogar ich sehe, dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist Und dieses breite Lächeln übertrieben Bedeutet Die Mona Lisa Vergiss die Malerei Ich habe bei meinen Forschungen einen Durchbruch erzielt Eine große Entdeckung gemacht Salai Bringst du mir Amen Amen Vielen Dank.